Ebersberg bietet für unsere Mitarbeiter die ideale Work-Life-Balance. Man hat die Arbeit, aber natürlich auch die Möglichkeiten für Sport, für Erholung und man ist natürlich gleich in der Stadt München. Die Nähe zur Großstadt ist für unsere Mitarbeiter sehr wichtig. Im Rahmen unseres betrieblichen Eingliederungsmanagements kümmern wir uns auch um die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Ein Punkt dabei ist die Mitarbeiterverpflegung unserer hauseigenen Küche mit frischen Speisen. Der Landkreis ist stolz auf seine Kreisklinik. Sie ist ein modernes Gesundheitszentrum in einem wachsenden Landkreis und ein wichtiger Standortfaktor für unsere Bürger. Das Entscheidende ist, dass wir einerseits eine exzellente Ausstattung haben, dass wir gerättechnisch sozusagen auf dem neuesten Stand sind und hier hinter Universitätskliniken in ganz der Weise zurückstehen, gleichzeitig aber sozusagen viel enger aneinander dran sind und miteinander zusammen die Patienten betreuen können. Und das ist in Ebersberg in einer exzellenten Art und Weise möglich, was für den Patienten zu einem großen Benefit wird und weswegen eben die Arbeit in Ebersberg Spaß macht. Die gute Teamzusammenarbeit schätze ich, dass jeder sich auf einen anderen zu 100 Prozent verlassen kann. Dass wir auch gemeinsam auf Fortbildung gehen können, das ist natürlich besonders wichtig, finde ich. Das Team ist am wachsen, das Team muss wachsen, weil immer mehr Patienten kommen und somit ist auch der Nachwuchs, die Auszubildenden unseres Berufes uns sehr wichtig und werden sehr gefördert in der Notaufnahme. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren in der Kreisklinik Ebersberg und in dieser Zeit hat sich so vieles getan und das macht einfach ganz große Freude, das zu erleben und auch mitzugestalten. Wir haben hier einen sehr erfolgreichen sportlichen Landkreis. Insofern Champions League ist natürlich immer unser sportliches Ziel. Das heißt auch, wir wollen natürlich über die Grundlagen der jeweiligen Disziplin, denke ich, eben auch hinausgehen. Es macht Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten. Die Menschen stimmen, die Patienten machen Freude. Es ist manchmal auch natürlich anstrengend, aber der Erfolg, wenn man Patienten helfen kann, ist für einen eine, ja, Befriedigung. Das gibt an meiner Tätigkeit einen Sinn und das macht es natürlich liebenswert und liebenswert. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir in vielen Bereichen ausbilden und den Nachwuchs fördern, unterstützen, weiterentwickeln und im besten Fall übernehmen. Wir sind sehr froh darüber, dass der Landkreis Ebersberg als Träger voll hinter uns steht und uns die technischen und personellen Möglichkeiten bietet, uns weiterzuentwickeln. Ich kenne die Klinik ja von Kindheit an und muss sagen, es ist wirklich ein schönes Haus geworden. Wird eigentlich immer schöner, immer bunter, immer fröhlicher. Finde ich richtig gut. Auf jeden Fall möchte ich noch mindestens zehn Jahre hierbleiben.